Hallo und Damen und herzlich willkommen zu meiner Wohnungs-Room-Tour. Lange habt ihr darauf gewartet, jetzt geht es endlich los. Wir beginnen direkt hier im Treppenhaus. Hier ist mein Schuhschrank sozusagen. Den habe ich auch bei IKEA geholt. Finde ich einfach mega, mega klasse. Deswegen geht es jetzt rein in die Wohnung. Viel Spaß! Wir beginnen direkt hier mit dem Flur. Hier ist jetzt nicht allzu groß, deswegen steht der Schuhschrank auch draußen. Aber ein paar Schuhe, die man eben täglich braucht, sind dann doch hier. Das ist sozusagen hier auch ein bisschen meine Familie. Die habe ich dann auch hier hingehangen, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und genau, das Bild wird noch aufgehangen. Da muss der Kleber noch trocknen, wo die Hänkchen dann am Ende auch dran aufgehangen werden. Und jetzt geht es dann weiter mit dem Badezimmer. Denn da gehen wir gleich mal rein. Also Briefdrusse, das ist natürlich jetzt falsch, denn komm gerne herein. So, also das ist sozusagen mein Badezimmer, wo ich mich eben jeden Morgen frisch mache. Genau, hier ein Spiegel ganz normal, Waschbecken, alles was man so braucht. Dann auf der anderen Seite ist da sozusagen auch die Toilette und eben auch die Dusche, Schrägstrich Badewelle sozusagen. Denn hier ist eben auch eine integrierte Dusche mit dabei. Dann machen wir einfach das so auf, zack, und dann passiert da auch nichts, wenn dann das Wasser irgendwie doch irgendwo anders hinspritzen sollte. Aber dafür ist ja wie gesagt das hier sehr gut geeignet. Ja, wie gesagt, finde ich ganz cool das Badezimmer. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, hier ist kein Fenster drin, aber eine Lüftung, die ist nämlich genau da oben. Und genau, also wie gesagt, das ist mein Badezimmer. Machen wir direkt weiter mit dem Schlafzimmer. Und ich habe ja auch schon bei manchen Sachen, wo ich zum Beispiel auch schon FC-Sachen bestellt habe, habe ich ja auch gesagt, ich möchte eigentlich einen Raum haben, wo eben auch hauptsächlich der 1. FC Köln vertreten ist. Und das ist eben im Badezimmer, äh im Schlafzimmer, so rum. Ja, und hier ist, ihr seht es schon, ziemlich viel 1. FC Köln. So wie es auch sein muss. Wie gesagt, der Hennes ist hier dann einmal der fairer FC Schal. Bei den Playoffs war ja auch eine richtig coole Sache. Dann, wie gesagt, ganz klar Derbysieger FC, das Plakat, das habt ihr ja auch schon gesehen, wo ich das bestellt hatte und dann auch ausgepackt habe. Ja, dann der FC Fahne, dann auch vor allem auch der FC gegen oder mit dem BVB, der Fanschal, muss natürlich auch dabei sein. Und ja, hier haben wir auch nochmal eine schöne, die schönste Stadt Deutschlands sozusagen, ist ebenfalls vorhanden. Und genau, das ist übrigens auch ein Boxspringbett. Ja, auch das habe ich bei Möbel Mai allerdings gekauft. Nicht bei Ikea, sondern bei Möbel Mai. Und ja, fand das Bett einfach mega klasse und deswegen habe ich mir dieses Bett hier geholt. Und ich schlafe da auch wirklich sehr, sehr gut drin, muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich richtig klasse. Muss ich echt mal empfehlen. Und genau, das Bild hier habe ich tatsächlich zur Einweihung von meiner Wohnung geschenkt bekommen. Und ja, und das hat natürlich hier direkt perfekt hingepasst. Kommen wir direkt weiter. Das ist sozusagen das Schlafzimmer. Kommen wir direkt weiter zum Wohnzimmer, wo ich mich eigentlich wirklich, wenn der FC mal nicht spielt, wirklich sehr, sehr oft aufhalte. Und genau, da gehen wir direkt mal hier rein. Und da sehen wir erstmal einen Esstisch. Ja, und hier werden wir dann auch öfters mal essen. Dann auch wieder ein bisschen FC auf jeden Fall vorhanden. Genauso wie auf dieser Seite hier. Da müssen wir die Tür ein bisschen schließen. Hier ist auch nochmal ein FC-Trikot. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen auch, ja, fußballmäßig was vorhanden. Dann hier ein bisschen auch FC. Und hier ist halbwegs oder teilweise, ja, von den Bergen ein paar Urlaubssachen. Und unten eben von der Nordsee ebenfalls ein paar Urlaubssachen. Eine Pflanze, die darf auch nicht fehlen hier. Damit ein bisschen, ja, grün hier im Wohnzimmer vorhanden ist. Und genau, dann gehen wir eigentlich jetzt zum Wohnzimmer über. Zum Esszimmer, sozusagen ins Wohnzimmer. Und hier ist eine richtig, richtig geile Couch. Die ich wirklich, also da liege ich sehr, sehr gerne drin. Das ist einfach extrem entspannt, sich hier einfach mal so hinzusetzen. Und dann schön entspannt auf dem Fernseher. Und einfach mal die Seele baubeln lassen. Das ist einfach so. Und genau, dann gehen wir direkt zum Fernseher. Und den habe ich mir auch neu geholt. Denn, wie gesagt, gerade meinen alten, den musste ich eben auch im Zockerzimmer lassen. Damit ich eben da auch FC-Spiele kommentieren kann. Und da habe ich aber gesagt, wenn ich mir einen neuen Fernseher hole, dann einen von Philips. Denn Philips, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich, ja, ich kriege dafür kein Geld, dass ich jetzt die Werbung hier mache. Aber ich fand es eben cool. Deswegen ist der Fernseher auch gerade an. Ihr seht es im Hintergrund. Das ist eben eine integrierte LED-Beleuchtung direkt dahinter. Und das fand ich persönlich einfach mega, mega cool. Und deswegen habe ich mir diesen Fernseher auch geholt. Passend dazu natürlich auch noch ein kleiner Fernsehertisch, wo dann eben auch die Receiver und die Playstation 4 eben auch Platz gefunden haben. Und jetzt geht es eigentlich zu meinem, ja, in der Wohnung. Ihr seht es schon im Hintergrund, wo ich auch wirklich sehr, sehr stolz drauf bin. Und was ich eben auch gerne hier, ja, zeige. Und das ist ganz klar meine Harry-Potter-Sammlung. Ihr seht es, viele Repliken auch vom Film dabei. Die ganzen Sachen habe ich bei Elbenwald bestellt. Also, falls ihr da auch Interesse habt, euch mal sowas zu holen. Die Sachen sind alle von Elbenwald. Und, ja, wie gesagt, richtig cool, wie ich das finde. Hier Hogwarts Express, dann einmal Hogwarts auch beleuchtet. Also gerade dann abends, wenn dann der Fernseher leuchtet, wenn dann der Schrank innen drin leuchtet, wenn dann hier diese Lampe ebenfalls auch an ist, dann ist das hier richtig wohnlich. Und das gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Schreibt gerne eure Meinung zu der Wohnung hier in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr sagt zu dieser Wohnung. Und, genau, hier haben wir dann noch ein paar Zauberstäbe von den verschiedenen Charakteren. Wie zum Beispiel Dumbledore, wie zum Beispiel, ja, Sarah Snape, wie zum Beispiel Harry Potter und so weiter und so fort. Dann haben wir hier eben noch weitere Harry-Potter-Repliken sozusagen. Hier auch das Schwert von Goldrick Gryffindor. Und, genau, es ist eigentlich hier so eher jetzt nicht so FC-mäßig, sondern hauptsächlich halt wirklich Fantasy oder eben Film. Ja, und deswegen passt das eben auch, wie ich finde, sehr, sehr gut ins Wohnzimmer, weil man da eben auch öfters Filme schaut. Ja, gehen wir vom Wohnzimmer wieder rein in den Essbereich. Und natürlich, wenn man vorher im Essbereich war, muss man natürlich auch wissen, wo die Sachen hergestellt werden. In der Küche natürlich. Und dafür haben wir hier so eine Schiebetür. Finde ich auch ganz praktisch, dass das nicht eine Tür ist, die einfach nur so aufgeht, sondern die man so schieben kann. Und dann sind wir jetzt hier in der Küche. Ja, klein, aber fein, würde ich mal sagen. Und, ja, die war aber auch schon eingebaut. Also, die habe ich jetzt nicht irgendwie neu gekauft, sondern die war schon vom Vorbesitzer drin. Die ist aber eigentlich auch noch relativ neu, weil der Vorbesitzer ja gut ein Jahr hier drin war und dann musste er ausziehen. Deswegen bin ich da sehr froh darüber, dass ich mir die, ja, dass ich die direkt weiter bekommen habe. Sozusagen hier müssen wir dann allerdings, das ist ein bisschen doof, aber das ist halt wegen der Größe her bedingt. Da muss man erst die Schiebetür zumachen, um dann eben die Spülmaschine aufzumachen. Das ist ein bisschen blöd, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich nicht verkehrt. Der Herd, das wollte ich euch auch unbedingt zeigen, wie die Sachen, das ist nochmal so ein Schutz, damit da eben auch nichts passiert. Da muss man das immer erstmal weglegen, sozusagen. Und dann ist das hier nämlich auch kein Herd, weil ich habe mir erst gedacht, ja, wo sind denn hier jetzt die Knöpfe? Die gibt es nicht, denn es ist ein Touch-Herd. Das heißt, man muss hier anmachen und dann kann man hier, wie gesagt, das aktivieren und muss dann hier auf Plus gehen. Und dann geht diese Platte eben auch an und hier geht es dann eben auch wieder zurück. Und wenn man dann sagt, alles klar, ich habe jetzt fertig gekocht, dann geht man hier wieder auf Aus. Und dann wird hier extra nochmal als Habigen heiß bezeichnet, dass man da eben dann nicht dran packt. Ich meine, ist ja eigentlich auch klar. Aber das finde ich persönlich halt wirklich sehr, sehr cool. Und genau, deswegen, das wollte ich jetzt euch einfach auch mal mitzeigen hier, wenn wir jetzt hier diese Wohnungswurmtour sozusagen machen. Und genau, das ist eigentlich die Küche. Wie gesagt, da habe ich auch schon das ein oder andere Leckere gekocht. Und ja gut, sonst hier, klar, es gibt hier einen Kühlschrank. So, da sind auch ein paar Sachen schon drin. Und genau, also eigentlich jetzt nichts Spektakuläres. Aber es gehört eben auch zur Wohnungswurmtour dazu, ganz klar. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss der Wohnungswurmtour sozusagen. Und zwar eigentlich zu einem Highlight, weil ich finde Balkonen, die sind halt immer nur Einheitsgrößen. Und hier habe ich jetzt eine Terrasse, da ich ja hier im Erdgeschoss wohne. Und das ist eben richtig cool, wie ich finde. Denn hier hast du wirklich richtig, richtig Platz. Wir haben hier eine große Terrasse. Es regnet gerade, ja ihr seht es. Und also das schönste Wetter haben wir leider heute nicht. Aber trotzdem auch da natürlich fehlt, oder darf natürlich der FC nicht fehlen. Und auch ein bisschen Beleuchtung, damit man eben auch gerade jetzt hier, wenn man dann auf der Terrasse sitzt, eben auch ein bisschen, ja so Dimmungslicht da hat. Und genau, wir haben gerade auch die Kirschenfahne noch aufgehangen, denn es ist ja heute auch froh Leichnam. Und genau, und hier habe ich eben auch einen kleinen Garten. Hier habe ich zum Beispiel auch ein paar Erdbeeren dabei. Ein paar Blumen sind ebenfalls vorhanden. Eine Rose. Also ein bisschen auch im Grünen ist man hier. Also wirklich nicht verkehrt. Ja, das ist meine Wohnungswurmtour. Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zur ersten Wohnung? Ist ja tatsächlich auch meine erste Wohnung. Am Montag kommt dann mein Gamingzimmer ran. Genau, da kommt dann mein Studio ran. Da werde ich dann euch das zeigen, wie es da mittlerweile aussieht. Denn da hat sich ja dadurch, dass ich ja wie gesagt auch in der eigenen Wohnung wohne, natürlich auch viel verändert. Und also da könnt ihr euch drauf freuen. Und wenn euch die Woundtour gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich extremst freuen. Ich bin damit raus. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Euer Niklas. Und ciao.